Herzlich Willkommen zur übernächsten Crowdfunding-Finanzierungskampagne. Nutzen wir die nächsten zwei Minuten für eine kleine Erläuterung. Es geht um die Musikgruppe Electric Ocean People. Seit nun über zwei EPs und einem Studioalbum versuchen sich die drei an ihrem eigenen Pop-Entwurf. Manchmal klingt das wie eine Mischung aus... Im Sommer 2013 zogen sie sich erneut in ihr improvisiertes Studio zurück, um ihr zweites Album aufzunehmen, das auf den Namen Foam hören wird. Im Vorfeld kratzten die drei alles Geld zusammen, was sie auftreiben konnten. Und gaben im Zuge alles aus für Aufnahmen, Mix, Mastering, Promotion, Artwork, Videodreh. Nun ist das Album fertig und doch fehlt für eines Geld. Die Pressung auf Vinyl, um es aus dem Potpourri des digitalen Überflusses zu liefen. Da zählt jeder Cent, um die Maschine anzutreiben. Und am Ende dreht sich der Teller und wir freuen uns alle über Musik und Geschenke. Wir sind auch gerade noch am Aufheber, weil wir gerade unser Crowdfunding-Video machen, womit wir dann ja spenden. Ne, nicht spenden, sondern man kann vorab was bei uns kaufen und bestellen, damit wir dann unser Album jetzt zu Ende finanzieren können. Genau. Deswegen wünsche ich euch aber einfach, ich rufe dich ja von morgen nochmal irgendwie an. Genau. Alles klar! Jo. Tschüss! Jo. Jo. Untertitelung des ZDF, 2020